Wir machen Soft-Punk quasi. Oder was ist es wirklich für eine Musikrichtung? Blumenstrauß. Blumenstrauß, ja. Die Meta-Band macht schon richtige Musik. Die Meta-Band ist die einzige Band, die ihre Texte alle selber schreibt. Wir sind also eine mutierte Musiktherapie. Ja, genau so kann man das nennen. Die Frankfurter Meta-Band spielt am Samstag, den 3. Juli ab 14 Uhr ihren ersten großen Auftritt. Das ist das erste Mal, wo wir wirklich öffentlich auftreten. Es ist ja eine Art Para-Olympik auf der Bühne halt. Eine Art Mutprobe. Dass man halt immer ein bisschen was Besseres ist oder so. Nicht nur halt eben psychisch kranker in der Psychiatrie. Viele, viele bunte Smarties. Lustig wird es erstens Smarties. Wo ich krank geworden bin, das war für mich voll die Katastrophe. Weil ich überhaupt nicht wusste, was mit mir passiert. Burnout in der frühesten Kindheit, ja. 16 Jahre jung, die erste Psychose. Das war furchtbar. Ich kann nicht mithalten, ich kann nicht mithalten beim Ulgekratzerbauen. Das ist ja zum Ausrasten, dass die mehr alles schneller werden müssen, alles größer und alles besser. Die Menschen sind verrückt geworden, obwohl alles normal ist. Aber was ist denn eigentlich heute noch normal in dieser Welt? Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alles verstehe mit dem Auftritt. Ich habe Paranoia, die ist furchtbar. Ja, das wird schon eine aufregende Sache. Wenn wir mal gucken, wenn da einer leicht verstimmt ist, ob wir es dann trotzdem hinkriegen mit dem Auftritt. Man redet ja auch von der Macht der Musik. Das kann ein Mensch verändern, ja. Nöge близ Ja, aber